Du kannst viele neue und tolle Bilder malen und mit ihnen spielen. Hallo, lass uns Spaß haben. Wir werden malen und spielen. Lass uns ein süßes Kätzchen malen. Male den Kopf des Kätzchens. Male jetzt das Gesicht und die Nase. Schön! Und jetzt male dem Kätzchen dreieckige Ohren. Und einen langen Schnurrbart. Male jetzt den ovalen Körper des Kätzchens. Großartig! Male die Vorderbeine. Zwei gerade Linien. Und noch ein Hinterbein. Füge nun einen schönen langen Schwanz hinzu. Philipp Hundstein. Ja, ich hier vergesse. Herr, ich rein sie bei den Vorderen. Wir können unsere Dorf anschauen. Ich Eww, 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 eww.